Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT! Mit an Bord der HD Gangster, der Mushroom, der Ingeld, ich bin tot und der bunte Abt. Der Paul ist gar nicht dabei. Doch, ich komm gleich. Achso, du kommst gleich jetzt. Wo bist du denn hergekommen? Irgendwas schießt? Irgendwas schießt? Da ist der Inge mit seiner Sinus AWP schon wieder. Ich weiß, ich weiß. War doch klar gleich, wo der Erste so einfach so umgefallen ist. Ich hab gesehen, du bist bei mir im Team. Alles klar, alles klar. Ihr wisst gar nicht, wie lustig das aussah. Ja, weißt du, ich stehe so neben ihn, er anmoderiert gerade und fette einfach runter. Ja, weil ich abgedrückt hatte, ich hab nichts gesehen, verdammt. Die Waffe ist so affig, ey. Ganz ehrlich. Silent Sniper, einfach so in der Welt, wunderbar. Ja, ja, hab ich auch wieder. Ne, ne, nicht einfach so in der Welt, das gibt's nur als Twitter. Doch, doch. Echt? Ja, ja. Aber nicht die AWP, sondern einfach nur eine GS. Ja, ja. Gut, aber die ist nicht so. Sieht denn die aus? Ich bin bei Paul. Ja, hallo. Paul verfolgt mich. Paul, oh, dann ist er Traitor, das macht er immer, wenn er Traitor ist. Ja, ja, glaub ich auch. Das ist so ein Traitor, den Leute verfolgen, ne? Ich zeig dich. Marschopen ist aber auch wieder so, weißt du? Und der AWP kommt auch hier angestieft. Alter. Ich hasse es, dass man hier jedes Mal mit Ducken springen muss. Ja, im S.L.G, ne, ja. Ja, aber manchmal musst du es nicht machen, manchmal musst du es machen, manchmal nicht. Uh, bin ich denn hier. Das ist doch richtig schöne Map, du. Gibt's denn hier Waffen? Ich geh auch mal ein bisschen umgucken. Gibt bestimmt auch einen Traitor-Tester hier auf der Map, oder? Das hier ist einfach nur nichts. Ja, aber ich würd sagen, wir spielen ohne, oder? Ohne Traitor-Tester. Wie? Ohne? Ich glaub, das hier ist ein Traitor-Raum, weil hier komm ich nicht rein. Wow, ich schieß was? Ich weiß nicht, wer es ist. Irgendwas schießt auf mich, ich hab nicht gesehen, wer es ist. Paul! Ah, ich hab ihn. Hast ihn? Paul, warst du schlecht. Ja, ich hab... Ich weiß nicht, wo die Waffen sind aus der Messmann. Ja, warte, wo die Waffen sind. Ja, warte, wo die Waffen sind. Ja, warte, wo die Waffen sind. Das ist ja der Team. Das ist ja der Team. Äh, lag? Ja, das schaff ich glaub ich niemals einfach. Äh, ist ein anderer Idiot. Oh. Hört auf, sie kichern. Nein! Das interessiert uns gar nicht, dass dein Kollege da grad am Falten mit dir ist. Nee! Ich geh einfach weg. Wie bin ich denn gestorben? Wo bin ich denn runtergefallen? Du bist runtergefallen! Hä, aber warum? Ich hatte einen kurzen Leck und dann war ich tot. Du bist zwei Schritte runtergefallen und dann bist du runtergefallen. Verdammt. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, wer der Aggressor war. Ach, was war da noch der Arnhalt übrig? Ja. Ja, das hab ich nicht mitbekommen. Die ganze Zeit. Ja, gut. Da schreibe ich jetzt nicht ein, ne? Ja, lass die mal machen. Mach deren Probleme nicht zu meinen. Richtig. Kann ich denn nicht rein, oder was? Ich hab' die Angst, dass du mich schubst. Hat er nicht ihr Leben noch alle? Einer ist tot. Er ist tot. Ich glaub Paul war's. Paul, ja. Paul Mensch. Oh Gott ist das gut. Das ist schon lange nicht mehr so gedacht. Der Paul ist gut, ja. Sag mal. Ich schaffe es nicht hier den Überblick zu bereiten. Nein, ich wollte dich nur ankündigen, dass du mir hinterherdeutsch. Okay. Wer läuft mir da grad hinterher? Ja. Was machst du da, Freak? Ich wollte mir grad was kaufen. Nein! Nein! Nachladen! Ich lad nach! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte gucken, wo er ist und springt selber runter. Mensch, Mensch Jungs. Ich bin am reden mit dem HD. Ich sag euch, ich lauf dem HD daher. Bin oben am reden, auf einmal bin ich still. Und keiner wundert sich. Ich guck runter an den Rand. Ich guck runter an den Rand. Schön! Oh Gott! Die Map ist der Hammer! Die ist der Hammer! Die ist der Hammer! Ich hab einfach kaum getroffen. Vielleicht einen Schuss? Ja, das war wirklich miserabel. Das riecht so schwer. Alter, ich hab' mich geschossen! Was war das bitte? Ja, aber es war irgendwas Heftiges. Aber ist was fehlgeschlagen. Okay, der Gangster ist es. Gangster ist es. KOS Gangster? Nein, ich bin beim Freak. Ich bin beim Freak. Ich bin beim Freak. Ich hab' den Gangster hier. Der ist da drüben. Der ist da drüben. Ja, dann kill ihn! Ich seh'n nicht. Wenn der Silence hat, ist er immer später. Nein! Silenced Sniper, keine Silenced AWP. Ja, ist egal. Bei dir ist das egal. Immer wenn du mit der Snifer holenst. Ich mach' dich runter. Danke. Irgendjahr ist da drüben. Da schießt was. Freaks, Freaks, Freaks. Ich denke, H.D. ist KOS. Nein. Jaja, natürlich! Aber du dann auch. Hä? Hä? Könnt doch nicht einfach irgendwie KOS setzen. Ich glaub' das. Paul, schieß auf mich. Guckt der Schipp Paul an. Au! Der Paul hat auf mich geschossen. Paul, du dreckst aber du. Ist er weg? Hey? Na. Naja, sie ist versteckt. Hey, wo sei denn? Ach, hier. Hier gibt's nen Raum. Was? Was? Das ist ein Baum? Äh, was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Irgendwie alles mit Schrotflinte schießt. Ich glaub' da sind einige tot und wir beide sind noch übrig. Wir haben keine Schrotflinte und der Rest, was wir jetzt sehen, der ist KOS. Ich bin hier oben immer noch in meinem Turm. Ich hab' den nicht verlassen. Okay, aber irgendwas... Die... HD? Okay. Paul ist es und ist es HD oder Mushroom? Ingehalt, was zieht sie auf mich? Ja, du könnt's genauso gut ziehen von da oben. Paul ist... Siehste? Paul ist es. Ich hab' Paul. Okay. Aber da fehlt ja noch einer. Ja. Okay. Ja. HD und Mushroom sind tot. Okay, aber wer hat dann geholfen? Es kann jetzt nur... Ich sag' es ist Ingehalt, wenn du dir so... Ja, aber du bist oben Turm, du konntest glaub' ich da nicht hinschießen. Dann würde ich auch sagen, es ist Ingehalt. Naja, siehste. So, ich lieb' doch die ganze Zeit mit dir rum. Ja, das ist das Problem. Also, ich hatte ja auch keine Schrotflinte. Ich hab' ja Schrotfinden nur gehört, ne? Ja, richtig, richtig. Ich hab' hier meinen, 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 meinen Fafeln gehört. Ich hab' ja auch hier so einen... Und Ingehalt zielt auch so komisch auf mich. Ja, ich wollt' nur sicher gehen, dass du da oben nix blödes hinschießt. Ja, weißt du, ihr könnt' euch ja beide einfach abschießen, weil ich bin innocent und dann... Ja, wo soll man das... Ah, ja stimmt, du hast grad Paul getötet, ne? Ja. Ja, wo ist denn Ingehalt jetzt hin? Wer kommt da? Der Bunte. Ich weiß nicht, wo Ingehalt ist, der verkriecht sich. Ja, haben... Da war's jemand. Verdammt. Untendrin. Ich glaube, der Maschum ist es. Der Bartos in dem Schachtel hat uns beide geholt. Ich? Der hat euch beide geholt? Okay, das hatt' ich nicht erwartet. Das war nice, Paul, ey. Das ist so geil, Alter. Ey, was war das schon wieder? Disco! Die Silent Snipers, ne? Magst du die auch, Simon? Was? Die Silent Sniper. Ey, ja! Die ist eigentlich nicht schlecht. Paul hat nämlich grad nicht bemerkt, als ich auf ihn geschossen hab. Die ist nicht so silent hier. Meine Hand, meine ich. Ich hab mal Testweise geschossen. Ey, ich hab irgendwas Rotes von mir oben. Testweise? Mhm. Was heißt Rotes? So'n roten Balken? Was ist hier unten? Da schwebt doch irgendwas rechts und links. Im Bild? Im Bild. Im Bild. So, so'n Daumen, so'n Finger und dann so'n Rot drumherum. Das sieht so komisch aus. Wie ist das Schrift? Aber ich kann nur ein Buchteil davon erkennen. Ja, ist es, ist es. Da steht meine Finger auch immer drunter. Schrift. Okay, Paul. Paul ist KOS. Hä? Hallo? Nee, ich bin echt Inus. Ja. Das Opfer ist es mir wert. Gib mir mal deine Silent Sniper. Paul, gib mir mal deine Silent Sniper. Soll ich ihn holen? Ja, Moment. Das gefällt mir nicht in deiner Hand. Ja, wie geb ich die dir? Kuh. Kuh, wer ist das? Kann ich vorsichtig runtergehen? Jetzt hab ich eine. Jetzt ist es weg. Jetzt ist das Rote weg. Ja, natürlich! Ach, jetzt weiß ich auch warum. Jetzt hat er mir eine Traitor-Waffe gegeben. Ah! Oh Mann. Da retten da oben alles rum. HD ist da. Pauli ist da. Und Maschuh ist da. Wo sind die anderen beiden? Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Da, da ist jemand. Ey, da ist jemand gerade umgefallen. Wo? Da Simon war's. Genau vor dir, Simon. Warst du das, Simon? Simon war's. Nein. Simon war's. Kill und Sight. Nee, das war The World, The Wounds und... Schrotflinte war's. Schrotflinte? Was? Ich hab ne Silenced. Nein, natürlich. Ich hab ne Pump-Action. Aber von uns, das hätten die zwei gehört, wenn ich nicht geschossen hätte. Von hier, von hier kann ich ja niemals diese Schrotflinte umlegen. Oh, da hat auch jemand Lava angemacht. Ich glaub der Paul war's. Ja. Nee, warte, warte, warte. Du wick den was hit vom Buff. Das heißt, einer von euch drei ist es. Aha. Nein, nein, nein. Ich glaub der Mushroom ist. Hey, das hätt ich dir gehört, wenn ich geschossen hätte. Ja, du kannst ja auch runtergegangen sein. Ich war die ganze Zeit bei euch oben. Ja, 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 ja. Ich vertrau dir auch nicht. Guck, was steht da noch? Oh, das war wirklich bunt, ey. Weil ich hab keinen Schuss gemacht, als der Kerl umgefallen. It appears a pump shotgun was used to kill them. Ja, pump shotgun. Das ist deine. Ich hab keinen... Er spricht dann alles gegen mich, ne? Aber... Ja, tut es nicht einfach. Ja, Mushroom ist es. Er hat ihn einfach im Bild. Ja, ja. Das ist einer. Wer kann's halt nur sein. Ich versteh das nicht. Also KOS, Mushroom. Ähm, Freak, bist du noch da? Ey, der Freak, der ist schon lange nicht mehr da. Oh. Du ist Gangster. Okay, ich hab meine Waffe wieder weggeschmissen, ich Idiot. Oh, kann man da den Feuermodus irgendwie umstellen? Nein. Okay. Wieso zieh ich dir nichts ab? Ich hab dir noch die scheiß Schutzrüstung gekauft, du Penner. Maybe. Maybe not. Fuckin' Munition mehr! Fuck! Ja! Der war doch noch da! Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann spricht wohl alles gegen mich. Toten der Dingste. Im Übrigen kann man... Man muss dazu sagen, man kann im Traitor-Raum die Lava anmachen. Das ist gut zu wissen! Ich sag euch jetzt nicht, wo der ist, ne? Ja. Oh, oh, oh! Ich bleib wieder hier hängen, Alter. Nein! Allgemein mit ein bisschen was mithängen, ne? So, nicht erschrecken, ich schieß mal. Okay. Ich wollte nur testen, was ich für eine Waffe hab. Okay. Ja, genau. Hier! Ich hab's gesehen, du hast einen gekillt! Oh! Was? Wo ist der Bundche? Nein! Hä? Bundche. Bundche war's. Warte, wieso? Ich lass dir mal meine Waffe fallen, die Idiot. Okay, der Bundche ist... Bundche hat mich fast down gemacht. Der ist, der war innocent. Weißt du, du siehst und keine Sau hilft mir! Das gibt's doch nicht! Du stehst da am Rand, schneiderst da einmal mit der Silenced AWP runter. Schießt auf. Keiner sagt was. Gut, Anno, dass du mir nicht hilfst, ist klar. Aber irgendjemand war da noch übrig. Nee, der Paul, aber ich hab ihm im Handy verpasst. Ja, Bunte. Oh! Fuck! Was schießest du da, Simon? Ich nenn dich, ich nenn dich. Ich wollte die Waffe rein! Hier vorne haben sie gerade zwei gekillt. Ja, ich hab schon gesehen. Da liegt ne Leiche. Der Marschum war mit beteiligt, sagst du? Was? Wenn der hier nicht liegt, ja. Warte mal kurz. Oh, Bunte! Ihr Traitor ist tot! Was? Das ist merkwürdig. Dann war's ich. Ich war's! Ich hab ihn auch gefunden. Also ich hab den Simon gerade nie gemacht, weil er einfach geschlossen hat. Ich hab den Traitor geschlossen. Ja, ja, das seien jetzt alle. Ich hab den Traitor geschlossen. Naja, ich hab ihn ja identifiziert, ne? Also... Haul, Haul. Ja, irgendjemand ist hier hinter gerannt, ne? Ja, 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 ja. Der müsste es denk ich mal auch sagen. Der kann ja von überall kommen, ne? Der Marschum läuft schon wieder so komisch weg. Ich hab Angst vor euch. Hat ne Bombe gelegt oder so? Ja, genau. Uh! Ben? Secret Raum gefunden, sagst du? Ich versteh nicht ganz, was passiert ist eigentlich. Wer... Keine Ahnung. Die hat sich gleich am Anfang getötet. Ja, wer alles... Nur der Simon oder was? Ja, der Simon hat nur noch irgendjemand. Weil der Simon geschossen hat. Ich glaub auf irgendjemand gezielt, oder? Ich hab anscheinend recht gehabt. Naja, egal. Wortschauen. Ist ja ne schlimme Iron oder Simon. Ja, das stimmt allerdings. Tja, was ist jetzt los hier die Runde? Irgendwie... Hey, du kannst ruhig mal in Action traten, Traitor. Ja, musst nicht immer planschen hier. Oh, wer hat da geschossen? Ich hab in die Luft geschossen. Alle ruhig bleiben, alle ruhig bleiben. Oh, hat da nochmal jemand geschossen? Au. Seid ihr nervös, ja? Seid ihr nervös? Ich wusste sofort anfangen an, dass der bunte ist. Habt ihr alle nervösen Zeigefinger, oder was? Ach, Schwumm läuft weg. Trigger happy. Ach, Schwumm läuft weg. Da, ich bin da, ich bin da. Ich hab mich versteckt. Hä, was ist das denn? Nervt so mit dem Springen. Das nervt aber nicht. Voll die stressige Map irgendwie. Also, ich bin dafür, wir verteilen uns alle ein bisschen, damit der Traitor eine größere Chance hat. Okay. Danke. Ihr seid echt ein gutes Team. Also, ich denke immer noch Mushroom ist es. Warum? Naja. Da schießt jemand? Ich hab den Bau aufgeschossen. Ey, du hast gerade meine Richtung geschossen, Freak. Ich hab ne, sowieso einfach da so in den Himmel rein. Jajaja. Muss nochmal gerade nachladen. Wer ist hier? Mushroom. Ne, ne, geh du weg. Wo sind denn die anderen beiden jetzt? Da ist einer, der Freak läuft da hinten in der Ecke rum. Ja, ich gucke aber wohl, weil, hier waren doch vorhin alle. Irgendwie keiner mehr da. Wir sind bei HD. Ja, ich hab kurz überprüft. Der Paul hängt im Busch rum. Was macht der da? Mach nix. Weil da hinten in der Ecke ist nämlich auch der Traitor-Raum. Hier ist sogar mal die Leiche runter, damit die nicht wieder... Ja, ja, gut. Kann ja sein, dass du sie anmachst, ne? Weiß ich ja nicht. Na, 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 na. Paul ist schon sehr verdächtig. Ging ihr halt? Ja. Hau ab. Bin ja schon weg. Wir wählen jetzt einfach einen aus und dann knallen wir ab. Das ist gut, Demokratie hilft immer. Das ist eigentlich ne ganz gute Idee. Paul, ne? Nein, nicht mich. Du hast das doch vorgeschlagen. Ja, toll. Nur weil ich's vorgeschlagen hab. Noch eine Minute. Alle schon wieder auf einem Haufen? Wir warten einfach bis die Zeit weggefahren. Der Traitor ist im Zugzwang. Wir können in der Zeit ein schönes Lied singen über Bunte. Armer Simon. Ihr müsst doch mal gucken, ob die Leiche da hinten noch liegt, ne? Oh, 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 oh. Irgendjemand schießt. Ja, wer, wer, wer. Wer schießt? Da ist jemand tot. Du warst Arnold. Hab dich gesehen. Ey, die Leiche von Bunte ist weg. Der wurde wiederbelebt. Ne, die hat Bunte geworfen. Achso. Wer, wer schießt denn? Oh. Oh. Wer war denn das? Nein, nein. Nein. Paul, das war sowas von random kill. Es ging grad los. Ich hab ne neue Waffe aufgenommen, gewechselt. Und bin einmal zu oft auf die linke Maustaste gekommen, dass ich einmal geschossen hab. Ich hab da gesehen, wo ich lag. Das war keine Sau. Und Paul, der schießt auf jeden Fall und killt mich sofort weg. Egal. Und das war ich halt zufällig Traitor, also Paul. Ich hab einfach so'n Gespür, ne? So'n Gespür hast du wahrscheinlich das Cheat Gamepad wieder an. Da war keine Sau. Also ich geb einen Schuss ab. Das war echt dick. Du schießt auf jeden Fall und knapp mich ab. Ja, der Paul ist eiskalt. Und jetzt später, die ganze Zeit schießt irgendjemand rum? Paul, da musst du auch konsequent sein und abschießen, Mensch. Und Adol, hättest du dich doch mal wiederbelebt. Ich hab's die ganze Zeit gehofft, weil ich so lang da rumlag. Pass. Marschum, lebst du noch? Marschum? HD ist es wieder. Der hat die Schrottfinde. Ich hab grad gesehen, wie er geschossen hat. Ne, ne, ne. Der ist hier runtergeflohen. Und du hast doch mal drauf geschossen, damit er extra tot ist. Vielleicht. Ich hab noch gezuckt. Ja, hier, ich denk mal, Ingard war das. Außerdem ist das die falsche Schrotflinte. Wo ist denn überhaupt die Leiche? Ich hab die, ich hab die Pump Shotgun. Die ist Missing in Action, die wurde ja noch nicht confirmed. Warte, hier oben. Ich hab dich erstmal gesucht, Ingard. Hier liegt überall Blut. Ja, da, irgendwie aber zieh doch nicht. Da oben auf dem Berg. Siehste, das ist nämlich meine Schrotflinte. Ja. Ingard, das ist deine. Was? Oh, 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 oh. Ich hab... Ich hab... Ich bin Eno. Ja, ja? Ja? Du hast auch ne Schrotflinte. Ja, aber das ist die falsche. Er wurde mit deiner getötet. Kann gar nicht sein. Alles noch alles... Voll. Buntel? Ja, achso, hätten wir jetzt nen Detective, könnten wir auch mit dem DNA-Scanner checken und so, ne? Wer das, wen er zuletzt gesehen hat und sowas. Weil... Ach, tschau. Nice. Gute Runde. Ich sag, ich sag, ich bin mein Paul. Der Paul sagt, hallo Bunte. Und dann schießt er. Keine Sorge. Der hatten wir aber schon mal. Ja, ich würd sagen, das war's mit der Runde, ne? Ja, mit der Runde war's das. Ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.